Ich bereite Gottes Weg nicht, indem ich mehr tue, sondern indem ich mehr lasse. Lassen, was mich gefangen hält. Für diesen dritten Advent wünsche ich Ihnen Zeit für Gutes und Mut für Wesentliches. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig, bereitet dem Herrn den Weg. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig, bereitet dem Herrn den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020